Do it, do it, do it now. Say it, 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 say it now. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Leicht erkältet, aber gut gelaunt freue ich mich auf die Sendung Johannsen-Kandidaten-Watch. Wir stellen die Kandidaten zur Kommunalwahl vor, ausgewählte Kandidaten der Parteien. Und ich freue mich heute, dass Wiegbert Schwenke Zeit hatte, ins Studio zu kommen und Lust hatte. Er wird, Sie ahnen es schon, für die CDU wieder antreten, für den Magdeburger Stadtrat. Herzlich willkommen, Wiegbert Schwenke. Vielen Dank, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich, dass du Zeit hattest. Du bist, wir haben vorhin kurz gesprochen, 28 Jahre jetzt hier schon, auch im Stadtrat. Eins mal vorweg, wir hatten auch kurz gesprochen, es ist ein Ehrenamt. Viele wissen das nicht. Ich glaube, man muss es Leuten auch zu Hause nochmal erklären. Wieso macht man das 28 Jahre? Ja, die Frage stelle ich mir ehrlich gesagt auch manchmal, weil es ist nicht nur vergnügensteuerpflichtig. 28 Jahre sind eine lange Zeit. Ich bin einer von dreien, die also jetzt schon von Anfang an ohne Unterbrechung Mitglied des Stadtrates sind. Es ist Ehrenamt. Man macht es für eine kleine Aufwandsentschädigung. Und wohl deshalb, weil es einfach ein Punkt ist, wo man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Das hat mich damals motiviert, 1990 zu sagen, ich kandidiere, weil wir haben lange gemeckert und haben mir bekannt, dass wir nichts verändern konnten. Plötzlich hatten wir die Chance. Und da war es für mich eigentlich selbstverständlich zu sagen, ich stelle mich zur Verfügung. Das habe ich gemacht. Und seitdem ist es bei allem Aufwand, bei allem Stress, den man manchmal hat, vergnügensteuerpflichtig ist das alles auch nicht, macht es auch Spaß, mitgestalten zu können, Verantwortung zu übernehmen, in dieser Stadt ein Stück mit auf den Weg zu bringen, diese Stadt besser zu machen. Und das ist das, was einen immer wieder motiviert. Und wenn man dann auch ein Stückchen Kommunikation mit den Bürgern hat, auch ein Stückchen Anerkennung zurückkommt, freut man sich. Wie gesagt, das ist Ehrenamt, das wissen viele nicht. Ich staune, dass manchmal selbst in meinem eigenen Umfeld, bei Leuten, die man seit vielen, vielen Jahren kennt, das nicht bekannt ist, dass wir alles ehrenamtlich machen. Und es ist ein Zeitaufwand, der ist erheblich. Also jeder, der das macht, hat, egal zu welcher Fraktion er gehört, aus meiner Sicht Anerkennung verdient. Weil persönliche Vorteile hat keiner davon. Man muss sich engagieren, man muss Zeit opfern in der Freizeit. Und das sind schon mal 10 bis 30 Stunden die Woche, die da zusammenkommen. Aber es macht trotz allem Spaß und das motiviert. Also ich ziehe auch immer den Hut davor, weil ich weiß, wenn Sie Drucksachen kriegen, wenn ihr Drucksachen kriegt, das ist eine Menge, Menge Zeug. Sehr, sehr lange Texte auch, die wollen auch irgendwie gelesen sein. Aber wir hatten ein Stichwort, Magdeburg verbessern. Gibt es ja viele Ansatzpunkte, dass hier was zu tun ist. Wir haben viele Neubürger. Also Magdeburg ist eine Stadt, die prosperiert. Unterscheidet sie vom Umland. Ist das ein Vorteil für die Stadt? Oder muss da die Infrastruktur jetzt mal ein bisschen auch aufgebessert werden? Schulen, Kitas und so Zeug. Also wir hatten ja mal eine Phase, wo man befürchtete, dass Magdeburg unter 200.000 Einwohner sinkt. Und da haben wir Entscheidungen treffen müssen, die haben mehr wehgetan als Entscheidungen, die wir jetzt treffen. Da haben wir Kitas geschlossen, weil man davon ausgegangen ist, dass es schlicht und ergreifend weniger Bedarfe gibt. Das hat sich umgekehrt. Der Drang in die Städte hat wieder zugenommen, deutschlandweit, nicht nur nach Magdeburg. Aber dass gerade Magdeburg wächst, ist auch ein Signal dafür, ein Zeichen dafür, dass wir vieles richtig gemacht haben in den letzten Jahren. Dass sich Magdeburg positiv entwickelt hat. Und die Entscheidung, die wir jetzt treffen, Schulen zu bauen, Grundschulen zu bauen, Sekundarschulen zu bauen, Gymnasien zu bauen, Kindergärten zu bauen, das sind Entscheidungen, die machen viel mehr Spaß, die kosten Geld. Dazu gehört aber auch eine funktionierende Infrastruktur. Und das ist sicherlich ein Feld, von dem wir uns als Stadtrat ja sehr intensiv streiten. Was ist jetzt wichtiger, gerade bei dem Thema Infrastruktur? Sind es die Fußgänger, die Radfahrer, der Nahverkehr, sind es die Autos? Ich denke, das ist eine ganz spannende Diskussion, wo die Prioritäten im Stadtrat unterschiedlich sind. Ich stehe dafür, dass man eigentlich alle Verkehrsträger berücksichtigen muss. Man muss dafür sorgen, dass die Fußgänger sich ordentlich auf ihren Fußwegen bewegen können. Wir müssen ganz heftig an der Radinfrastruktur arbeiten. Da braucht es neue Ideen. Wir müssen das aber auch so ausgewogen tun, dass wir dabei den Individualverkehr, den Autoverkehr nicht beeinträchtigen. Und wir müssen natürlich auch was für den ÖPNV tun. Wir als Fraktion haben über die Jahre immer zur zweiten Nord-Süd-Verbindung gestanden, wenn wir das für wichtig halten und hoffen, dass die Leute wirklich umsteigen. Auch auf die Straßenbahnen. Wir haben jetzt angeschoben, die Überprüfung einer Straßenbahn-Trassenverlängerung Richtung Ottersleben. Das muss man in den Jahren schauen, wie und wo das sinnvoll ist. Das wird auch nochmal heftig Diskussionen geben und nicht nur auf Begeisterung stoßen. Das sind Herausforderungen. Die haben was damit zu tun. Das macht durchwächst. Das heißt auch eine bessere Infrastruktur, die wir brauchen. Finde ich übrigens eine gute Idee, Bahn nach Ottersleben fahren zu lassen. Das ist einfach ein Grund. Verkehrswissenschaftler sagen, wo Straßenbahnen sind, fahren auch mehr Leute damit als mit dem Bus. Ich kenne das. Der Bus ist wackelig und nervt. Straßenbahn ist mir auch lieber. Aber MVB ist natürlich bei der Gelegenheit ein interessantes Thema. Im Moment sind viele Leute sauer. Die sagen, überall Baustellen. Lange Umwege. Tunnelbau. Alles baut. Dann wird die MVB noch teurer. Und wir kommen kaum noch mit der Karte durch die ganze Stadt. Und wenn jetzt im Sommer noch der breite Weg ausgebessert wird, dann sind ja quasi die Stadt in Nord und Süd fast geteilt. Was kann man bei der MVB vielleicht besser und anders machen? Dann gibt es ja Leute, die sagen, vielleicht sogar kostenlos fahren. Alternativmöglichkeit? Oder wird das zu teuer? Oder was denkst du? Also kostenlos fahren halte ich für nicht finanzierbar. Und jetzt auch eine bestimmte Gruppe rauszunehmen, weil sie über den Zeitraum besonders betroffen wäre. Wo will ich da Grenzen ziehen? Das funktioniert nicht. Man kann sicher die Diskussion darüber führen. Wird ja bundesweit geführt, wie weit man Nahverkehr kostenfrei macht. Wie gesagt, ich halte das mit den momentanen Gegebenheiten für nicht finanzierbar. Und ich glaube auch nicht, selbst wenn es mal für Maßnahmen als Projekt auch ein Zuschuss im Verbund gibt, wird das mit Sicherheit nicht nachhaltig sein. Irgendwann fallen die Kosten auf die Kommunen zurück und wir kommen in große Schwierigkeiten. Und dann gibt es ja auch immer den Spruch, was nicht kostet, ist nichts wert. Also ein Stückchen muss, denke ich, auch der Nutzer dazu beitragen, dass Geld auch eingenommen wird. Da bin ich schon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, dass wir das machen zu den Baustellen selber. Wenn man eine neue Infrastruktur erzeugen will, muss man bauen. Das braucht eben dann dafür auch ein Stück Einschränkung auf dem Weg. Dass wir ein Problem haben, was die Laufzeit vom Baustellen anbelangt, dass man das kritisieren darf. Und dass dadurch, dass man also auch Bauverzögerungen hat, plötzlich auch neue Konflikte auftreten, weil die nächsten Maßnahmen ja schon in der Planung sind. Das ist zu beklagen. Wir haben als Fraktion immer schon einen Baustellenkoordinator speziell für diesen Fall Koordinierung von Baustellen gefordert. Den gibt es in dem Maße leider nicht. Ob das alles besser geworden wäre, wenn wir den hätten, weiß ich nicht. Aber es wäre zumindest ein Ansatz gewesen, um zumindest zu verhindern, dass man schon Baustellen, auch wenn sie geplant sind, anfängt, bevor die anderen fertig sind. Das erzeugt natürlich momentan auch Frust. Ich, der am Stadtrand wohnt und in der Innenstadt auch meistens mit dem Auto fährt, habe bis jetzt immer gedacht, ich kenne meine Schleichwege, aber ich komme jetzt an meine Grenzen. Das muss ich ehrlicherweise gestehen. Wo ich jetzt heutzutage langfahre, wenn ich in die Innenstadt will, das hätte ich früher nie gedacht. Das sind mehr Kilometer. Das ist dann natürlich auch wieder mehr Benzinverbrauch. Kann man alles kritisieren. Aber ich bin mir sicher, dass am Ende, wenn das alles fertig ist, wir richtig stolz sein werden auf die tolle Infrastruktur in Magdeburg. So ein Beispiel, was ich immer wieder gerne nehme, ist, ich kann mich erinnern, als wir damals die Tunnel am Maskanischen Platz und am Uniplatz gebaut haben. Da gab es herbe Kritik. Heute meckert keiner mehr, sind alle froh, dass wir die wenigsten diese Tunnel haben, um ein Stückchen Verkehr zu entlasten. Also, wenn das dann fertig ist, freuen sich alle. Es ist bitter, manchmal im Stau zu stehen, geht mir genauso, verstehe ich die Menschen. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass wir am Ende wirklich stolz sein können. Wenn ich Magdeburg und die Infrastruktur vergleiche mit anderen Städten, stehen wir gut da. Wir haben eine gute Infrastruktur. So wenig Stau wie in Magdeburg in der Relation zu anderen. Wenn man mal woanders hinfährt, ist es meist schlimmer. Stimmt schon. Aber ich muss auch sagen, damals Askanischer Platz und auch der Uniplatztunnel, die gingen irgendwie geräuschlos. Die passierten, es ging halbwegs in der vorgesehenen Bauzeit und da dachte ich auch, alles gut. Und hier beim Tunnel am Bahnhof frage ich mich immer wieder, wer hat da letztendlich wirklich den Mist gebaut? Ich weiß, ihr wart es nicht. Aber irgendwer muss doch irgendwann mal sich komplett verplant haben. Gute Frage. Wenn ich die Frage so einfach beantworten könnte, dann würden wahrscheinlich jetzt viele aufschreien und begeistert sein. Das kann auch der Oberbürgermeister nicht. Also das ist ein Problem. Da sind viele Probleme miteinander geglitten. Das hat was mit Planung, mit Planungswechsel des Planers zu tun. Das gibt immer Probleme. Das hat auch was damit zu tun, dass wenn es um Baumaßnahmen geht und die öffentliche Hand baut, die es immer schwieriger hat. Also an der Stelle gebe ich einem meiner Fraktionskollegen recht, die mal gesagt haben, dass Privatbauen, die haben ganz andere Möglichkeiten. Das wäre an der Stelle wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen, wenn man auch ganz andere Möglichkeiten hat, mit Vergaberecht umzugehen, wenn man Privat baut. Das war aber an der Stelle nicht möglich, weil die Bahn gesagt hat, wir bauen nicht mit Privat, wir bauen nur mit der Stadt, mit der öffentlichen Hand. Da waren wir in einer Drucksituation. Also da sind viele, viele Faktoren ineinander geglitten. Und dann natürlich Klagen und dann natürlich auch Bauzeitverzögerung. Das bringt wieder eine Kostensteigerung. Also das ist unselig, das ist richtig. Es muss jetzt auf den Dusche hauen werden. Es braucht jetzt eine schnelle Lösung. Da sage ich ganz ehrlich, das mag auch nicht jedem gefallen, lieber nochmal 10 Millionen mehr und schnell fertig werden, als sich auf Ende lange Verhandlungen einzulassen. Und nochmal mit Nachforderungen rechnen zu müssen. Wir müssen jetzt wirklich neben den Köpfen machen und das Ding zu Ende bringen und das möglichst schnell. Das ist jetzt beim Tunnelbau die einzige Lösung. Und da kann man Ewigkeiten klagen, dass da irgendwas in der Entscheidung mal falsch war. Ob die andere Lösung, die mal diskutiert worden wäre, reibungsloser gelaufen ist, wäre, kann mir auch keiner bestätigen. Das weiß halt keiner. Aber bleibt natürlich eine Kleinigkeit offen. Ich spreche oft auch mit Innenstadthändlern, mit den Leuten vom alten Markt, den Markthändlern. Aber auch mit Leuten aus der Kultur, die Kabarett zum Beispiel. Und die sagen mir alle, du, die Leute aus Stadtfeld, bleiben uns weg. Bei einigen Geschäften ist es existenziell. Ich weiß, einige haben gesagt, 2019 ist das Jahr, wo es da nochmal geht. Und danach ist Schluss. Manche haben schon zugemacht. Man sieht auch, selbst im breiten Weg die leeren Geschäfte. Sogar im Allee-Center fällt mir auf. Es entstehen Restaurants neue, aber keine Geschäfte mehr. Die machen eher zu. Kann man was tun, um den Innenstadthandel zu stärken, zu helfen? Oder kann man nur sagen, haltet durch, irgendwie wird es besser? Also zwei Themen. Erstens, dass es bei Baustellen immer Einschränkungen gibt für anliegendes Gewerbe. Das kennen wir auch von kleineren Baustellen. Ich kann mich an die Diskussion in Sudenburg erinnern, Westring. Und ich kann mich jetzt, jetzt erleben wir gerade die Diskussion mit der Bukauer Mauer und den Folgen. Das gibt Probleme für Gewerbetreibende, da habe ich jetzt das Verständnis. Das ist schwierig, da Lösungen zu finden. Da fällt mir auch keine Ad-Hoc-Lösung ein, was das Thema Innenstadt anbelangt, was uns sehr am Herzen liegt. Da muss man wirklich versuchen, auch neue Ideen zu entwickeln. Also das ist deshalb, ich sage das auch deshalb, weil ich glaube, nicht jedes geschlossene Geschäft hat damit zu tun, dass man momentan nicht von Stadtverhältnach ins Allee-Center oder ins City-Carré kommt. Das sind natürlich auch generelle Probleme, das sind die Probleme, Online-Handlung und Ähnliches. Wir müssen was zur Bedingung der Innenstadt tun. Das, was die Stadt machen kann, ist oft nur so kleinere, begleitende Geschichten. Wir haben jetzt gerade einen Antrag in den Stadtrat eingespeist, um an der Straßensondernutzungssatzung zu arbeiten, also den Gastronomen oder den Händlern es leichter zu machen, unbürokratischer zu machen, den Freiraum zu nutzen, also Freisitze zu errichten und Ähnliches. Das sind dann Möglichkeiten, auch ein Stückchen mehr auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn man das ein bisschen kostenlos macht für die Innenstadthändler, zum Beispiel in den Bauphasen, dass man da bestimmte Gebühren eben nicht in der Höhe erhebt, wäre das vielleicht schon ein Schritt. Und an der Stelle muss ich sagen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass dies oder jenes Geschäft eine Gaststätte wird. Wir wollen urbanes Leben. Es waren mal wesentlich mehr Gaststätten in der Innenstadt. Dann die haben zugemacht, wenn keine Kunden kommen. Jetzt haben wir mehr Einwohner, wir haben es schon mal gesagt. Und offensichtlich funktionieren Gaststätten. Ich sehe da immer einen sehr guten Betrieb. Und wenn Gaststätten dazu führen, dass die Leute wieder in die Innenstadt kommen, freue ich mich. Und dann muss es ein Miteinander von Gaststätten und Händlern geben. Und dann denke ich, haben wir gute Situationen. Und wie gesagt, Entbürokratisierung, wenn es darum geht, sich zu werben, freiwillig zu lützen, wäre ein erster Schritt. Und da wir gerade auch Baustellen hatten, gibt es ja eine Idee von der CDU vor allen Dingen, eine weitere Elbquerung einzurichten. Frage, ist die wirklich notwendig? Oder ist es eher so ein Wunschtraum auf weiter Zukunft? Oder eine Utopie? Oder was ist das? Also selbst wenn sie kommt, ist es keine Geschichte, die morgen umgesetzt wird. Aber es ist eine Maßnahme, die aus meiner Sicht unverzichtbar für die Zukunft ist. Wir haben wachsende Verkehrsströme. Ich sehe noch nicht die fliegenden Taxis hier in Magdeburg. Ich gehe davon aus, dass wir eine ganze Weile noch mit dem Verkehr auf der Straße leben werden. Und momentan sind beide Elbbrücken nicht ausreichend. Das sehe ich jetzt schon. Das sieht man jetzt schon bei Havarie-Maßnahmen auf der Autobahn. Das sieht man bei Sportereignissen. Wir haben ein Problem, gerade von Ostelbien in den innerstädtischen Raum zu kommen. Oder auch gerade eben den Verkehr, der nicht in die Stadt will, diesen Innenstadtraum zu umfahren. Jetzt muss jeder durch die Innenstadt. Wir wollen die Stückchen Verkehrs entlasten. Und so eine dritte Elbgirchung hätte natürlich auch die Chance, ein Stückchen Verkehre, die nicht rein wollen in die Innenstadt, rückgängig herumzuführen. Ich halte sie für eine ganz wichtige Option für die Zukunft. Und wenn man sich das vor Ort anschaut, denke ich, brauchen wir die auch ganz dringend. Also, wie gesagt, es geht jetzt momentan darum, Trassen freizuhalten, die Planungsoptionen zu ermöglichen, dann möglichst bei konkrete Planung anzuschieben. Und dann müssen wir schauen, wann das umgesetzt werden kann. Es ist keine Maßnahme, die heute oder morgen beginnt. Es ist eine Maßnahme, die in fünf oder zehn Jahren beginnt, wenn sie dann irgendwann kommt. Aber ich halte sie für wichtig. Kleines Randthema, was ein bisschen Ottersleben betrifft, in allererster Linie. Da gab es eine lange Diskussion, eine Biogasanlage. Nun funktioniert die der am Elbauenpark eigentlich ganz gut. Verstehst du die Anwohner, die sagen, ich habe ein Problem damit? Oder weil ich denke, es wird nicht stinken. Biogas heißt nicht, dass permanent Biogas rauskommt und es stinkt. Oder heißt es das doch? Ist es gut für den Stadtteil oder nicht? Also, man merkt schon in der Frage, dass man an der Stelle schon... Es ist komplex. ...wie schwierig die Diskussion ist. Das, was wir momentan haben in Magdeburg, Biogasanlage oder Biomasseanlage, Pelletheizwerk, im Gipserweg, alle diese Sachen, die also im Ruf stehen, Gerüche zu erzeugen oder diese doch wirklich stinkende Anlage einer Autobahn bei Oechsleben, sind ja nicht das, was in Ottersleben einer Deponie entstehen soll. Also da geht es ja schon los, zu vergleichen, was soll da wirklich hin. Aber Fakt ist eins, egal, was da hin soll, wenn es mit Bio zu tun hat und man die Angst hat, dass es Gerüche erzeugen könnte, erzeugt das Ängste. Und diese Ängste verstehe ich. Und die Ängste kriegt man auch ganz schwer eingefangen. Die sind ein Stückchen emotional, manchmal nicht rational. Und ich will nicht verhehlen, als wir die technischen Komponenten vorgestellt bekommen haben, im kleinen Kreis, haben einige von denen, die es erklärt bekommen haben, gesagt, okay, wenn das nur das ist, was dann stehen soll, ist es keine Zusatzbelastung. Aber, und jetzt geht das Aber los, ist es nur das? Ist es ein Anfang für mehr? Kommt dann, wenn da schon mal so eine Bio-Vergärungsanlage steht, irgendwas anderes dazu? Reichen die Biomengen? Kommt dann irgendwann mal eine Havarie und es riecht trotzdem? Das sind Ängste, die sind einfach mal da und die kriegt man aus den Köpfen der Leute nicht raus. Die sind emotional, ob die rational untersetzen, ist eine ganz andere Frage. Und da ist eben die Angst um das Grundstück, um den Wert des Grundstücks da. Und da ich die nicht ausjurem kriege, haben wir als Fraktion keine andere Lösung gesehen, um zu sagen, okay, dann ziehen wir die Option, macht aber gar nicht für so eine Anlage zu nutzen, sondern Handlungen mit dem Umland zu gehen und in so einen Bioabfall ins Umland zu bringen, wo schon funktionierende Anlagen sind. Da sind wir erst mal gescheitert. Jetzt gibt es neue Untersuchungen für den Standort. Was dann am Ende als Standort rauskommt, ist VR zu sehen. Das hat ja Dr. Trümper ganz deutlich zugegeben. Ob man im Zeitraum bis dahin es schafft, mit Möglichkeiten der Besichtigung von bestehenden vergleichbaren Anlagen die Ängste zu nehmen, weiß ich nicht. Den Versuch haben wir auch mit angeschoben, auch auf der Bürgerversammlung, die wir als Bürgerfeind, ich bin ja auch Mitglied des Bürgerfeinds und Ordersleben, da angeschoben haben. Da ist ja das Versprechen von einem Platz geäußert worden, er chartert ein paar Busse. Wir fahren mal in eine Anlage, die schon länger existiert, mit interessierten Bürgern. Ob man damit die Ängste ausräumt, bleibt abzuwarten. Ich bin da skeptisch, weil Ängste vor Geruch sind emotional. Die sind nicht rational und nachvollziehbar, aber auch. Und ich habe schon mal zu Leuten gesagt, selbst wenn diese Anlage nicht riechen sollte, wenn da irgendwo aus dem Umfeld mal die Rüche kommen, wenn alle Leute, die Angst haben, sagen, guck, wir haben es nicht immer gesagt, das ist die Anlage. Also es ist schwer zu vermitteln, im Westen der Stadt so eine Anlage zu errichten. Und deshalb bleibe ich bei meiner Empfehlung, macht es außerhalb der Stadt, damit wir hier nicht St. Vorher spielen, da wo schon was da ist, unsere Mengen dazu. Und ich denke, das ist am verträglichsten. Irrationale Ängste ist auch ein gutes Stichwort. Im Moment ist es so, immer wenn ein Baum gefällt wird, bricht doch sehr viel los. Ich muss sagen, mir geht es auch so, subjektiv gefühlt fallen sehr viel mehr Bäume, als nachgepflanzt werden. Im letzten Jahr war es voll anders, in den Vorjahren war es anders. Das eine ist der Borkenkäfer, der berühmte Eingewanderte. Das andere ist natürlich die Trassen, was auch vernünftig ist, dort sehe ich es ein. Aber auch sonst habe ich das Gefühl, es wird mehr gefehlt, als hingestellt. Wir waren mal zweitgrünste Stadt Deutschlands. Sind wir wohl laut euren Statistiken nicht mehr? Wir liegen irgendwo in den 60ern oder 70ern. Ist das so? Fühlt sich das nur so an? Und was ist zu machen? Ja, Statistiken. Das ist immer gut. Also ich kenne diverse Statistiken. Es gibt auch Statistiken, die uns immer noch in den Top 5 der grünsten Städte Deutschlands sehen. Das kann ich nicht bewerten. Das muss ich so zur Kenntnis nehmen, welche Statistik da die relevante ist. Dass natürlich in Nachpflanzen etwas Dürftier aussieht. So ein wachsender grüner Baum, so ein alter Baum wirkt natürlich wesentlich präsenter und grüner als ein nachgewachsender frischer Baum. Also die Zahlen, die wir haben als Stadt, weisen aus, dass wir mehr pflanzen als fällen. Das baut aber noch eine Weile, ehe sich das im Stadtbild auch so wahrnehmen lässt. Das ist auch völlig normal. Insofern denke ich mal, müssen wir da nicht, wir müssen mehr daran arbeiten, dass wir das kommunizieren, was wir nachpflanzen. Das ist, scheinbar ist da die Kommunikation schlecht. Da muss nachgebessert werden, dass den Leuten mal klar wird, rechtzeitig, wieso ein Baum gefällt wird, auch begründet. Und wieso dann, wie viele Bäume nachgepflanzt werden, um darzustellen, dass wir wirklich hier noch nachpflanzen. Da müssen wir in der Kommunikation arbeiten. Das ist nämlich das Wichtigste, um diesen Eindruck, dass wir nur fällen und nicht Pflanzen zu minimieren. Und zum Thema Baum gesund oder nicht, da habe ich persönlich erfahren, bei mir auf meinem Sportplatz, ich habe hier nebenbei auch so ein Lobby als Vereinsvorsitzender, da sind auch drei schnurzgesunde Pappeln, die da auf dem Platz standen. Plötzlich ist einer von denen gefallen, bei einem etwas heftigen Sturm, nicht Sturm, nicht Wind, war es nur im August, hatte man nicht mit gerechnet. Und dann haben wir anschließend die anderen Bäume untersucht, die sahen wirklich topgesund aus, waren grün, haben Schatten gespendet. Es kam sofort, dass die Warnung, nimmt ein Baum weg, äste den anderen aus, hätte sich für mehr als Laie nie erschlossen. Und selbst der Baum, wo die Fachleute gesagt haben, da müsst ihr nur ausessen, als die Fachleute anfangen, auszuessen, hat man von oben festgestellt, dass der Baum verfault ist, der muss da auch ganz weg. Also ich unterstelle, ich nehme mal, ich weise ein Stückchen immer diese Schuld an die Stadtverwaltung zurück, dass die da aus purer Luster Bäume fällen, Bäume fällen, die haben schon, denke ich mal, Gründe, wieso soll einer, der von Berufswegen für Baumschutz da ist, eine Freude haben an Bäume fällen, das zerstießt sich mir nicht. Also ich glaube schon, dass die, wenn es um Fällen von Krankenbäumen geht, das machen, wohl bedacht machen. Aber wie gesagt, wir brauchen eine bessere Kommunikation, wir müssen zügig nachpflanzen, und auch dazu braucht es eine Kommunikation, und dann denke ich mal, können wir auch wieder stolz sein auf unsere grüne Stadt Magdeburg, auch weiterhin grüne Stadt. Und das ist übrigens ein gutes Stichwort Kommunikation, zu dem anderen Thema Sport kommen wir auch noch natürlich, aber Kommunikation, vielleicht liegt es ja oft auch wirklich an der schwierigen Kommunikation. Ich merke, die Anwohner sind oft sauer, ein gutes Beispiel war Bukau, die Mauer, dass die Baustelle kommt, haben die Leute eigentlich erst relativ kurzfristig erfahren, welche massiven Einschränkungen es hat, noch kurzfristiger. Ich weiß zum Beispiel vom Puppentheater, die können mit Autos nicht mehr erreicht werden im Moment. Das ist nicht schlimm, man kann in der Nähe parken, aber man muss dann doch ein Stück laufen, man kann das kommunizieren, aber es ist eben doch so, dass ich das Gefühl habe, oft fehlt eine Kommunikation von Verwaltung im weitesten Sinne und Bevölkerung. Ist das so? Kann man was tun? Oder ist das auch nur ein subjektives Gefühl? Ich bin ja nicht für Verwaltungs-Bashing bekannt, aber da fehlt mir manchmal sogar die Kommunikation innerhalb der Verwaltung. Das nehme ich wirklich so wahr, also dass manche Sachen, die dazwischen den Bereichen der Verwaltung passieren, nicht mal abgestimmt sind, dass da manchmal der eine vom anderen gewarscht ist. Hat übrigens der Oberbürgermeister auch schon mal bestätigt, dass er von manchen Entscheidungen seiner Verwaltung überrascht ist. Also da muss man besser werden, das ist so. Tatsache, das ist wirklich ein Manko, also die Kommunikation mit den Menschen ist verbesserungsbedürftig, obwohl ich eben nicht glaube, dass das ein Heilmittel ist, denn die Leute haben natürlich auch ein Stückchen die Pflicht, selber mal zu gucken und manches, was selbst in der Zeitung steht oder auch im Internet der Verwaltung nachzulesen ist, lesen die Leute nicht, dann weiß ich auch nicht, ob man das alles zu Leuten tragen muss. Aber mit Sicherheit gibt es da Verbesserungsbedarf, da muss man Wege finden, wie man die Menschen besser mitnehmen, besser informiert, da sind Lücken. Mit Sicherheit, da sind wir wieder bei dem Thema Baustellenkoordinator, wenn der noch jemanden dabei hat, der auch ein Stückchen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, kann man auch vieles besser vermitteln. Da sind wir wieder an der Stelle, wie sage ich es untereinander und wie sage ich es auch den Menschen. Das ist eine offene Flanke, mit Sicherheit, da muss man nachsteuern. Und du hast ein Thema angesprochen, Sport, was ich natürlich gerne aufnehme. Wir sind eine Sportstadt, die auch wirklich erfolgreich ist. Das ist gut, FCM, aber ich finde, der Relegationsplatz sieht schon auf jeden Fall in Reichweite aus. Noch sind wir drauf auch. Ob man die Klasse erhält, wird sich zeigen. Aber ist man in die zweite Liga überhaupt reingekommen, was ein Riesenerfolg ist? Im Handball sehen wir ja auch unglaublich erfolgreich. Also sehr erfreulich, wenn ich sehe, wir sind da oben auf Platz vier, auf Platz drei, wirklich oben eng mit dran in der Spitze. Aber der Breitensport denke ich manchmal, ich sehe Schwimmhallen, die nicht so richtig funktionieren. Ich sehe so manches Stadion, was so ein bisschen vor sich hin wartet, sage ich mal vorsichtig. Was kann man machen, um auch da beim Breitensport, beim Normalo, der nicht unterwegs ist, auch was zu tun? Da sind wir, glaube ich, besser, als manche Leute was wahrnehmen. Also neben der Tatsache, nur kurz zum FCM, ich hoffe natürlich unständlich, dass wir kein Relegationsspiel brauchen. Den Nervenkrieg will ich mir nicht antun. Und wenn es dann möglicherweise noch gegen den Z4 platziert, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, geht, das wäre eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wo man so ein Spiel machen würde. Das könnte man, glaube ich, gar nicht in den beiden Städten machen. Das müsste man irgendwo auf neutralem Boden machen. Will ich gar nicht wissen. Ich hoffe, die schaffen es jetzt noch ohne Relegation, die Klasse zu halten. Und das Potenzial hat der FCM. Über den SCM bin ich riesig stolz. Eins, das fällt mir gerade, als im FCM einfällt. Also eigentlich muss man den Leuten ein dickes Kompliment machen, wieder steuern. Wir haben das, mein zweitgeringste Budget eines Zweitligisten, und haben trotzdem gute Chancen, die Klasse zu halten. Also dickes Kompliment an alle Verantwortlichen. Das normal, wie gesagt, SCM ist für mich eine Überraschung. Hätte ich nie gedacht, dass man so nach oben pusht. Und man hat momentan einen guten Plan, dass noch weitere Erfolge zu entwickeln. Ein dickes Kompliment. Und die Frage, und wir vergessen dabei, wir sehen immer nur FCM und SCM als einer, der sportinteressiert ist. Wir sind momentan mit dem Billard auf dem Weg in die erste Liga. Die Wasserballer möchten in die erste Liga aufsteigen. Also wir spielen nicht nur im Handball und Fußball mit erstklassig oder in der Zweitliga, sondern auch in anderen Sportarten. Also wir sind auch bei den Sportarten, die nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, sind wir gut aufgestellt. Und wir haben so viel Breitensport hier in Wachtteburg. Das ist schon enorm. Also wir brauchen kaum Spielgemeinschaften wie im Umland. Ich kenne das ja ein kleines bisschen aus meiner Tätigkeit als Vorsitzender des VfB-Otters-Lehmens, wenn man da die Konkurrenz sieht, die da mit Spielgemeinschaften arbeitet, wo man in den Kreisen ringsherum sieht, wie man Spielbetrieb in unteren Klassen abmeldet oder zusammenschrumpft auf wenige Spielklassen. Da sind wir Machtdurch immer noch gut da und da sind wir gut aufgestellt. Klar brauchen wir Sanierungsmaßnahmen auf Sportplätzen. Ich hoffe, ich bin ja einer von den Vereinen, die dieses Jahr einen Kunstrasenplatz werden sanieren dürfen. Das ist eine Herausforderung. Da bin ich dem Land und der Stadt sehr dankbar, dass sie da uns helfen. Es bleibt immer der 10-prozentige Eigenanteil der Vereine. Eine riesige Herausforderung für so einen kleinen Verein. Aber 35.000 Euro aufzubringen ist ein riesen Ritt. Da haben wir zu tun. Aber ich denke, wir sind auf ordentlichem Weg, müssen aber dann wirklich die Bedarfe im Blick halten und müssen gucken, wie wir optimieren können. Aber das macht Durch eigentlich gut aufgestellt. Schwimmhallen ist ein Desaster, zumindest das mit der Schwimmung einer großen Diesdorfer. Da frage ich mich auch manchmal, wer das verzapft hat. Da braucht es dringend jetzt auch mal einen großen Plan. Wie man mit diesen ständigen Neuauftretenhaferien umgeht. Da sehe ich schon die ständigen Stellen in der Stadt in der Pflicht, dass man nicht nur mit Reparaturmaßnahmen, sondern mit einem generellen Plan zur Sanierung und zur Überprüfung dessen, was da noch auftreten kann, umzugehen. Da ist dringender Bedarf. Denn der ständige Ausfall an der Halle blamiert uns in der Sportstadt Magdeburg. Ansonsten denke ich mal, sind wir immer noch so weit, dass wir nicht über Schließung von Schwimmhallen reden. Das ist ein gutes Signal. Ringsherum ist das schwieriger. Also wir dürfen den Breitensport neben Spitzenbörder nicht aus dem Blick verlieren und sind aber, denke ich, ganz ordentlich aufgestellt, auch was Sportförderrichtlinien anbelangt. Man kann sich immer mehr wünschen, aber solange wir daran nicht irgendwo klapsen, sind wir eigentlich ordentlich aufgestellt. Wir haben eine gute Zusammenarbeit eigentlich mit der AQB, was Maßnahmen im zweiten Arbeitsmarkt anbelangt. Da gibt es natürlich auch manchmal Kommunikation, da gibt es manchmal Kommunikationsdefizite, die natürlich auch was damit zu tun haben, wer für welche Förderung zuständig ist und wo Geld fließt oder nicht. Da gibt es manchmal Unsicherheiten, da kann man daran arbeiten. Aber eigentlich, denke ich mal, sind wir auch da ordentlich aufgestellt. Wo wir gerade immer aufstellen sind, Wohnungsbau ist natürlich ein Thema. Neue Wohnungen entstehen, müssen auch entstehen natürlich. Im Moment haben manche das Gefühl, so wenn man auf dem Werder das sieht, es entstehen dann doch Bauten für Menschen, die ganz gutes Einkommen haben. Und man hört so, naja, Sozialwohnung brauchen wir nicht, haben wir ja genug in Magdeburg. Ist dem so? Und ist es wirklich gut, wenn in doch sehr schönen öffentlichen Lagen, und wir wissen, beim Werder könnte ja auch ein bisschen die Messe dranhängen. Hängt die dran, hängt die nicht dran? Wie sieht es da aus? Das sind ja zwei Themen. Also einmal generell, denke ich mal, haben wir momentan keine wirklichen Wohnungsprobleme, keine wirkliche Wohnungsnot. Wir haben auch in dem Niedrigmietpreissegment noch genug Angebote zur Verfügung. Natürlich nicht nur in der Innenstadt. Also nicht mehr in dem Maß in der Innenstadt, wie es früher mal möglich war. Ja, aber diese niedrigpreisigen Mieten sind schon noch gut über die Stadt verteilt, sodass, was nicht passieren darf, irgendeine Ghettoisierung irgendwo passiert. Die Fahrsehe ich momentan nicht. Also da sind unsere Wohnungsbaugenossenschaften, die Wohnungsbaugesellschaft, denke ich, gerade als Ersterbieter in dem Bericht gut aufgestellt. Das machen sie ordentlich. Da haben wir keine wirkliche Note in Magdeburg. Das ist nicht so wie in anderen Städten. Ich bin ja auch ganz gut vernetzt mit anderen großen Städten Deutschlands. Das scheint mir wirklich im Wesentlichen ein Problem der Städte wie Frankfurt, München und Ähnliches zu sein. Man hört es auch in der Breite, auch im Ruhegebiet und anderswo, dass das Problem nicht wirklich in dem Maß existiert, wie es manchmal diskutiert wird. Also da sehe ich uns nicht wirklich in einem Unterhandlungsdruck. Da muss man ein bisschen sortieren. Wie gesagt, Ghettoisierung darf es nicht geben. Wir brauchen schon eine vernünftige Durchmischung. Aber da gibt es auch Angebote in lukrativen Lagen, auch für Einkommensschwache. Ich denke, das ist lösbar. Das zweite Thema, was du jetzt angedeutet hast, mit der Frage Bebauung am Stadtmarsch. Ich sage ganz bewusst am Stadtmarsch, nicht im Stadtpark. Das ist aus meiner Sicht eine wunderbare Idee. Das ist eine Top-Lage, die man da entwickeln kann für die Stadtmachtburg. Das sind auch keine Lagen im Stadtpark. Das sind Bereiche, die bebaut waren bis zum 16. Januar 1945. Da waren immer Häuser. Wenn man sich Stadtkarten anguckt, die waren auch immer schon gut nachgefragt und bebaut. Also bis knapp ran an die Bahnlinie war immer bebaubare Fläche. Und das kann man auch aus meiner Sicht weiter bebauen. Und dann stehen natürlich die Leute, die danach kommen. Und das sind jetzt die Bebauherren. Also an der Stelle Wohrbau und MWG in der Pflicht, den Lärmschutz so zu organisieren, dass es eben keine Konfliktpunkte mit dem Messeplatz gibt. Und der Messeplatz ist momentan auch nicht das Thema, das da wegkommt. Und ob das irgendwann mal in 15, 10 oder 15 Jahren nochmal Thema wird, das weiß ich nicht. Das müssen andere Stadträte entscheiden. Aber selbst die Maßnahme, die wir jetzt diskutieren, eh die steht, das braucht ja auch noch eine Weile. Wir diskutieren jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren über den Stadtmarsch. Ja, es ist noch nicht mal eine Satzung beschlossen. Also wir sind noch im Prozess. Und in den da was fertig ist und Leute einziehen, werden auch noch zwei, drei Jahre vergehen, mindestens. Und wenn das denn mal fertig und bezogen ist, dann wird man sich Gedanken machen, wie es an anderen lukrativen Stellen der Stadt macht, wo ich weitergehe. Aber das machen, wie gesagt, wir wahrscheinlich als Stadtrat, wir jetzt sowieso nicht mehr als Stadtrat. Und ob es der nächste Stadtrat nochmal diskutieren wird, weiß ich auch nicht. Das glaube ich nicht mal. Also ich denke mal, da ist eine Lösung zu finden, die bei allen Interessen berücksichtigt. Da bin ich ganz optimistisch. Und das ist Innenstadt, die müssen wir auch beleben. Und dazu gehört auch sicherlich Festivitäten. Und da gehört aber auch Wohnen dazu. Und deshalb denke ich mal, wir klagen, das ist ja genau dieser Widerspruch in der Frage eben. Haben wir Druck beim Wohnungsbau? Sagen die einen und die gleichen sagen aber auch, wir dürfen da nicht bebauen. Ja, also das ist ein Widerspruch für mich, der eindeutig ist. Also entweder wollen wir bebauen und den Wohnungsdruck nehmen, wenn er dann da wäre. Ja, oder wir lassen es ganz. Also da müssen gerade die Leute, die jetzt da so gegenwettern, gegen die Bauerstattmarsch auch mal überlegen, ob sie da stringent sind in der Argumentation. Apropos Innenstadt, vielleicht auch Stringenz. Immer mehr Leute haben das Gefühl, und ich halte es für ein Subjektives, die Statistik sagt was anderes, dass die Kriminalität zugenommen hat. Das ist schwieriger. Gerade Hasselbachplatz gilt so als Zentrum. Berliner sagen wir dann immer, naja, das ist ein Kurort im Vergleich zu unseren echten Problemstellen, unseren normalen Problemstellen immer noch. Wie ist es? Kann man den Leuten die Ängste nehmen? Wie kann man den Menschen die Ängste nehmen? Oder ist es vielleicht doch, hat es doch eine Veränderung gegeben? Also das Gefühl des Kontrollverlustes hat sich ja bei den Menschen auch ein Stückchen gemacht, durch einige Leute, die da Panik geschürt haben, ist natürlich gewachsen. Und dann wird natürlich alles, was so im kriminellen Bereich passiert, immer so ein bisschen mit bestimmten Ereignissen vermischt. Und der Eindruck entsteht oder wächst, dass wir dann zunehmende Kriminalität, zunehmende Probleme hätten. Witzigerweise sagen die Statistiken, die ich jetzt nicht belegen kann, dass das nicht so wäre. Selbst der Hasselbachplatz hätte keine wesentliche Zunahme der Kriminalität. Auch so ein Punkt wie am Moritzplatz, wo wir auch immer ein bisschen nachhaken als Fraktion, hat angeblich keine hohe Kriminalitätsrate nachzuweisen. Das ist immer schwierig. Also offensichtlich gibt es da eine Diskrepanz zwischen subjektiver Wahrnehmung und objektiver Situation. Nichtsdestotrotz muss die Stadt und muss die Polizei, das ist ein Zusammenspiel zwischen Land und Stadt meines Erachtens, alles tun, um der Bevölkerung dieses Gefühl der Sicherheit wiederzugeben. Da braucht es dringend Signale. Da haben wir als Fraktion schon über Jahre immer eine Aufstockung des Stadtortungsdienstes gefordert und einen Einsatz des Stadtortungsdienstes auch in die Abendstunden hinein, damit man die Präsenz erzeugt. Und da der Ortungsdienst leider nicht alles darf, braucht es da auch eine Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadtortungsdienst. Das hatten wir angeregt. Das wird jetzt endlich vollzogen, indem man jetzt im Laufe des Jahres diese Stadtwache, heißt es bei uns, das wurde ja immer unterschiedlich interpretiert. Einsätze, also gemeinsame Streifen und Aktionen von Polizei und Stadtortungsdienst, gerade an den vermeintlichen Brennpunkten. Und wenn man da ein Stückchen Polizeipräsenz, Stadtortungsdienstpräsenz wieder auf die Straße kriegt, hoffe ich, dass auch ein Stückchen wieder das Gefühl der Sicherheit zurückkehrt. Das brauchen wir am Mordsplatz mit unseren Neubürgern aus den EU-Ländern aus Südosteuropa, die eine andere Auffassung zur Lebenskultur haben als wir. Und da muss man sicherlich auch mal ein paar Regeln nochmal ganz klar festzocken und denen mitteilen und auch gucken, ob das als Kursche ist. Und das brauchen wir vor allem am Hasselbachplatz, weil das ist unser urbanes Zentrum, ein Zehneviertel, wo die Stadt lebt. Und andere Städte wären stolz, wenn sie das Zehneviertel hätten, wie wir am Hassel. Und da muss man auch wieder das Gefühl den Leuten vermitteln, dass man da unbesorgt hingehen kann. Und da braucht es, glaube ich, auch wenn es da natürlich auch wieder Leute gibt, die das Böse finden, wenn die Polizei langläuft, die gibt es ja auch. Wir müssen ja schon wieder zwischen unterschiedlichen Interessen entscheiden. Aber ich denke, wichtig ist da wirklich ein Stückchen Sicherheit wieder zurückzubringen. Polizeipräsenz statt Ordnungsdienstpräsenz auch in die Abendstundenreihen und die Nachtstundenreihen könnte da ein richtiger Weg sein. Und wenn da auch mal ab und an mal als Zeichen so ein Bulli von der Polizei steht, hilft das vielleicht auch, das Stückchen Sicherheit zurückzubringen. Das wird ja auch gerade am Mordsplatz gemacht. Ordnungsdienst zieht ja mit da ein dort. Und ich kann nur sagen, als jemand, der im Mordshof natürlich viel zu tun hat, wir haben keine Probleme. Also wir merken, das sind Leute, die sind lebendiger, die sind eben auch mal auf dem Platz. Aber dadurch ist der Platz auch zum ersten Mal belebt und das ist sinnvoll. Kommen wir zu, auch, und da sind wir bei Europa im weitesten Sinne, Magdeburg bewirbt sich ja als europäische Kulturhauptstadt. Es passiert gerade viel in Vorbereitung darauf. Freust du dich drauf? Glaubst du, wir haben eine Chance? Oder eher so, na ja, mal gucken, was draus werden könnte? Also ich denke, wir haben eine Chance. Ich war letztens in Städten, in den letzten Jahren in Städten, die sich auch beworben haben. Und da vergleicht man natürlich, was haben die, was machen die und was machen wir? Und ich denke, dadurch, dass das bei uns alles nicht so augenscheinlich ist, was bei uns an Kultur passiert, manchmal, die macht man ja selber nicht mitkriegen, was für wertvolle Angebote wir haben in der Stadt, haben wir gerade die Chance, indem wir das verkaufen, den Leuten klar machen, eine Chance, das zu werden. Bei anderen ist Kultur offensichtlich. Bei uns ist es eben ein Stückchen versteckter und das gibt auch Chancen. Das, was versteckt ist, den Leuten zu offenbaren und auch gemeinsam, also mit den Künstlern, mit der Stadt und mit den Menschen, das ist, glaube ich, der nächste Schritt, den wir jetzt endlich mal hinkriegen müssen, mit den Menschen gemeinsam zu vermitteln. Das ist die Chance, die Macht euch hat, um das wirklich zu wehren. Ich glaube an die Chance. Ich glaube aber, was wichtig ist, dass jetzt irgendwann mal auch klar werden muss, dass die Bevölkerung in Gänze sich mitgenommen fühlt und hinter dieser Bewerbung steht. Und da, denke ich, haben wir so ein Stückchen Nachholbedarf. Momentan ist das mehr so ein Projektevermitteln, was gut ist. Da brauchen wir alles für das Bitbook, dass wir was tun. Aber es muss auch nochmal so ein... Wenn ich jetzt denjenigen wäre, der bewerten würde, würde ich in die Stadt gehen und würde die Menschen auf der Straße fragen, wie, wie seht ihr euch mitgenommen, was wollt ihr? Wollt ihr Kulturhauptstadt werden? Und dieses Gefühl, den Menschen klar zu machen, dass sie dann sagen, ja, ich möchte, dass Macht euch 20, 25 Kulturhauptstadt wird. Wenn das ein großer Präsenz der Machtburg sagen, dann haben wir eine gute Chance, es zu wehren. Da haben wir noch genau eine Kleinigkeit, die mir dann einfällt. Der Domplatz natürlich im Moment. Da gibt es ja immer die Diskussion, muss das Musical ausgerechnet vorm Dom sein? Muss das so lange aufbauen? Muss das so sein? Frage, weil selbst die Gastronomen sagen mittlerweile, so ganz glücklich sind sie nicht. Die Anlieger haben auch nichts davon so richtig. Wie siehst du es? Also für mich ist eindeutig, die Aufbauzeit und die Abbauzeit dauert zu lange. Der Domplatz ist zu lange gesperrt. Es ist inzwischen ein Alleinstellungsmerkmal vor dem Dom, so ein Festival zu machen. Die Frage, die sich mir stellt, und das haben wir ja auch angeregt, ist meine persönliche Meinung, da geht auch meiner Fraktion die Meinungen auseinander. Das ist wie in der Bevölkerung. Da sind wir auch gespeilt. Ich glaube, das geht fast allen so. Also ich persönlich hätte es mal für interessant gefunden, mal zu sagen, wir machen mal über eine gewisse Zeitraum wechselseitig mal ein Jahr Domplatz, ein Jahr woanders. Und schauen erst mal wirklich, ob die Befürchtungen, die man seitens des Theaters hat, wenn man es nicht auf den Domplatz macht, wirklich eintreten. Ja, dass man wirklich mal, vielleicht funktioniert es woanders auch. Und wenn man alle zwei Jahre den Domplatz dafür nutzt und das Jahr dazwischen mal mit etwas anderen Ideen, einer anderen Ausrichtung, dann woanders es ablaufen lässt, wäre man ein Versuch wert, meiner Meinung nach. Das sperrt sich momentan das Theater noch sehr. Finde ich ein bisschen schade, auch was die Frage Verkürzung der Sperrzeit anbelangt. Sperrt sich das Theater noch sehr. Also das würde ich mir wünschen. Und ich bin ja auch Opa einer zweijährigen Enkelin. Ich hätte mich schon gefreut, wenn es richtig warm ist, mit den Mädeln mal durch Wasserspiele zu laufen. Das ist jetzt in der heißen Jahreszeit nur wenig möglich. Also das wäre vielleicht so ein Kompromiss, Aufbauzeit verkürzen und mal im Wechsel alle zwei Jahre woanders, also im Wechsel alle zwei Jahre auf dem Domplatz und dazwischen woanders, wäre vielleicht ein Weg, da mal einen Kompromiss zu finden und mal auszutesten, ob es denn geht. Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung, da gehen die Meinungen auch in meiner. Also ich fand das ganz witzig, als die Diskussion hochploppte in der Zeitung und in der Öffentlichkeit, hatte ich ganz aufgeregte Anrufe aus meinen CDU-Reihen von Befürworter und Gegnern und die waren alle sehr emotional. Also das ist ein emotional besetztes Thema. Also da sollten wir mal gucken, ob man mal über Kompromisse und Versuche mal nachdenkt. Deshalb frag dich jetzt auch so vorsichtig, weil ich weiß, dass eigentlich alle, glaube ich, da sehr gespalten sind und man schnell als Kulturfeind gilt, wenn man dagegen ist. Und schnell als Vollidiot und dafür, wie auch immer, da passiert es schnell. Weil wir haben über tausend Sachen gesprochen. Gibt es vielleicht irgendwas, was Sie jetzt vergessen haben, wo du sagst, ist für mich ein wichtiges Thema? Hat der Johannsen gar nicht gefragt, warum eigentlich nicht? Gott, gute Frage. Also ich denke mal, das ist ja auch das Ziel dieser Veranstaltung, was mir ganz wichtig ist, dass wir Leute dazu bringen, zu begreifen, was da am Stadtrat passiert, welche Verantwortung wir haben als Stadtrat und was da auch bewegt wird für die Stadt. Es ist eben nicht der Oberbürgermeister, der entscheidet. Klar, er macht die Vorgaben, aber der Stadtrat muss das, was der Oberbürgermeister macht, absegnen. Und dazu braucht es aus meiner Sicht einen Stadtrat, der gut aufgestellt ist. Da braucht es im Stadtrat, das ist mir ganz wichtig, das haben wir in den letzten Jahren im Vergleich zu dieser anderen Stadt im Süden Sachsen-Anhalt zwischen Merseburg und Nansberg gut hingekriegt und ein vernünftiges Miteinander im Stadtrat. Das hat ja immer gut funktioniert. Wenn es darum ging, strategische Aussagen zu treffen, hat der Stadtrat in den letzten Jahren funktioniert, auch in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Oberbürgermeistern. Da hat auch meine Fraktion, auch wenn sie die der Oberbürgermeister stellte, versucht immer, sich zwar kritisch, aber kompromissfähig zu zeigen. Und ich wünsche mir inständig, dass wir nach der Wahl wieder Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat haben, die genau diese strategische Zusammenarbeit, diese wichtige Zusammenarbeit, diese Berechenbarkeit einer Stadtverwaltung, die auch auf Stadtratsarbeit basiert, dass wir die wieder hinkriegen. Das ist das, was ich mir wünsche. Und wie gesagt, das hat in den letzten Jahren funktioniert. Ich hoffe, dass nach der Wahl rechnerische Mehrheiten ohne komplizierte Mehrheitsbildung bei wichtigen thematischen, bei wichtigen strategischen Themen notwendig, möglich sind, dass es im Detail mal Unterschiede gibt, dass es dann immer mal Hobbys von dem einen und dem anderen gibt. Das ist normal. Wir sind eine Demokratie. Damit kann man leben. Aber wichtig ist, dass es strategisch und personell eine gewisse Konstanz gibt. Und das wünsche ich mir nach der Wahl. Und das können die Wähler erzeugen, indem sie bei der Wahl die richtige Stimme geben. Wichtiges Ding, überhaupt hinzugehen am 26. Mai. Richtig, richtig, richtig. Und eine letzte Frage habe ich natürlich dann doch noch. Und zwar, was wird, wenn du wieder in den Stadtrat kommst, wovon ich mal ausgehe, wofür würdest du, wo du sagst, dafür setze ich mich eigentlich verstärkt ein, das ist so am meisten noch meins. Viele andere Themen weiß ich auch, aber vielleicht gibt es so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das ist so meine Strecke, auf der ich gerne und viel arbeiten will. Also eigentlich würde ich gerne das, was ich in den letzten Jahren begleiten durfte, weiter fortsetzen können. Ich meine, wenn man so auf die Stadt, ich habe schon mal gesagt, ich bin stolz auf diese Stadt. Ich bin ein Magdeburger, ich habe diese Stadt, diese Veränderung der Stadt in den letzten 28 Jahren erlebt und bin unheimlich stolz, dass man dieser jeden Stellschraube mitgedreht hat. Das weiß man, das ist einfach großartig. Wenn ich sehe, die Stadt hat eine Innenstadt, die sich entwickelt, urbanes Zentrum, wir haben gerade drüber geredet vorne, da müssen ein bisschen mehr Leben rein. Wir haben als Einkaufsstadt, das müssen wir weiter sein, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, dass die Einkaufszentren nicht am Stadtrat irgendwo sind, sondern in der Innenstadt. Das ist eine Chance. Wir brauchen aber auch das Leben im Abendbereich, also sprich Gastronomie, das hatte ich vorhin gesagt, da müssen wir weiter daran arbeiten, dass da auch Kultur und Urbanesleben in die Innenstadt kommt. Wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass es auch Stadtteile gibt und Stadtteilzentren gibt und dass die genauso mitgenommen werden bei der ganzen Entwicklung. Das ist für mich immer so ein Anliegen, das eine tun, das andere nicht lassen, also sowohl für die Innenstadt werben als auch für die Stadtteile werben. Ansonsten sind und bleiben meine Themen, auf die bin ich stolz, das Thema Jugend und Sozialpolitik. Ich bin so ein Sozialfuzzi, das ist so und wir haben hier eine fantastische, eigentlich im Vergleich zu anderen, eine gute Jugendarbeitsstruktur mit unseren Einrichtungen. Da möchte ich dafür sorgen, dass das weiter so bleibt. Und ich sage immer so schön, die Stadt noch liebenswerter und lebenswerter machen. Das ist so für mich das Ziel, was ich auch immer wieder von mir ertragen werde. Wir sind eine großartige Stadt und die Leute sollen stolz auf ihre Stadt sein. Und wenn ich ein Stückchen dazu beihelfen kann, dass die Leute stolz auf ihre Stadt sind, auf ihre Heimatstadt sind, dann haben wir was gekonnt. Das müssen wir noch viel mehr, wir müssen noch viel mehr werben für unsere Stadt, auch als Menschen, als Bürger der Stadt. Nicht nur unsere Gesellschaften, die machen das zunehmend gut. Auch wir als Menschen sind da gefordert, viel Macht durch zu werben. Und wenn wir das, auch die Herzen reinkriegen, dann bin ich optimistisch, dass das hier weiter positiv vorangeht. Ich sage mal so, das ist ein ideales Schlusswort. Und von daher danke ich dir sehr herzlich, dass du da warst. Ich drücke die Daumen natürlich und hoffe auch, dass wie gesagt viele Leute zur Wahl gehen, warum man dich oder auch deine Partei wählen sollte. Könnten die Leute jetzt wissen. Danke nochmal, dass du da warst. Und tschüss. Gerne. Bis zum nächsten Mal.